Was ist idiopathische thrombozytopenische Purpura? Idiopathische thrombozytopenische Purpura ist eine Erkrankung, bei der das Blut ohne bekannten Grund nicht so gerinnt, wie es sein soll. Das Versagen der Blutgerinnung ist auf eine geringe Anzahl von Blutplättchen zurückzuführen. Thrombozyten sind Blutzellen, die in Säugetieren zirkulieren und für die Blutgerinnung verantwortlich sind. Wenn man nicht genügend Blutplättchen besitzt, tritt keine Gerinnung auf oder wird verzögert. Wenn das Blut nicht gerinnt, kann dies zu übermäßigen Blutungen führen, sodass die idiopathische thrombozytopenische Purpura als Blutgerinnungsstörung bezeichnet wird. Idiopathisch ist ein Begriff, der in der Medizin verwendet wird, um einen Zustand zu beschreiben, der ohne bekannte Erklärung oder Ursache existiert. Thrombozytopenie beschreibt den Zustand einer Blutplättchenzahl, die niedriger als normal ist, im Blut. Purpura sind Blutergüsse, oft Violett, die durch Blutungen unter der Haut entstehen. ITP wird daher als niedrige Thrombozytenzahl ohne sichtbare Ursache beschrieben. Das primäre sichtbare Symptom von ITP sind in der Regel purpurfarbene Prellungen auf der Haut, die aufzeigen, dass in kleinen Blutgefäßen unter der Haut Blutungen aufgetreten sind. Die meisten Menschen haben zwischen 150 000 und 400 000 Blutplättchen pro Kubikmillimeter Blut. Alles, was darunter liegt, kann technisch als idiopathische Thrombozytopenische Purpura angesehen werden, obwohl es keine festgelegte Nummer für die Diagnose der Störung gibt. Etwa die Hälfte der berichteten Fälle von ITP sind bei Kindern, und die Fälle sind im Allgemeinen akut und dauern höchstens sechs Monate. Dagegen sind die meisten Fälle bei Erwachsenen chronisch und dauern länger als ITP bei Kindern. ITP tritt bei Frauen zwei- bis dreimal häufiger auf als bei Männern. Lila Blutergüsse, besonders an den Extremitäten, sind das häufigste Symptom einer idiopathischen Thrombozytopenischen Purpura. Blutungen aus dem Zahnfleisch und den Nasenlöchern sind ein weiteres häufiges Symptom und treten auf, wenn die Thrombozytenzahl unter 20 000 pro dem dem liegt Membranen. Idiopathische Thrombozytopenische Purpura ist normalerweise nicht tödlich oder sogar extrem gefährlich. Es gibt eine Vielzahl von Behandlungen für Fälle, deren Thrombozytenzahl unter 50 000 pro dem dem liegt 3. Die Verabreichung von Steroiden oder die Entfernung der Milz sind zwei solche Behandlungsmöglichkeiten. Im Allgemeinen besteht keine Notwendigkeit, diejenigen zu behandeln, deren Thrombozytenzahl über 50 000 pro dem dem liegt.